ok noch ein oder zwei brauchen wir noch zwei zum kerzen gibt es dann irgendwo noch ein bisschen munition für mich wieder stolpertrahtbombe ok also da hinten könnte noch ein motor sein und da in der richtung könnte noch ein motor sein ok das war es mit der location hier ok es war ein bisschen dumm von mir gerade das hier rein zu rennen ging aber noch mal gut ich kann tatsächlich keine munition von gewährten und sie aufheben wahrscheinlich wäre es dann auch zu einfach so geht da uns noch ab ausgeschlattern motor das sehe ich und wo könnte denn noch einer sein da ist das pferd ach da oben geht es auch noch weiter ok ein motor haben wir vielleicht haben wir ja glück und haben direkt zwei zu den kerzen drin oder sowas ich merke schon sie sind auf jeden fall auf der suche nach mir ok sie suchen nach mir und haben irgendetwas mitbekommen da ist das pferd also wenn wir in luft mitbekommen dass jemand hier im lager ist wahrscheinlich jemand gemeldet dass eine laiche rumliegt das macht das ganze natürlich unnötig schwerer für mich ok stellen wir das am besten jetzt an ich bin insgesamt zehn schuss ich habe die hoffen oder beziehungsweise die vermutung dass es ein bisschen mehr als die gegner sind hat keiner mitbekommen ok 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 die drei gegner müssen wir auf jeden fall ausschalten sonst komme ich nicht ungesehen an dem panzer dran oder vielleicht doch wir müssen ihn finden wir haben einen feind auf uns im gebiet lauf du schön mal da weiter wenn ich jetzt die zündke erst nehme nur noch einer genau und die letzte ist glaube ich da hinten da bin ich irgendwie vorbeigelaufen ok das sollte reichen ja also stealth mäßig funktioniert alles wunderbar ich weiß noch wo ich in battlefield 4 versucht habe bei einer mission ein bisschen stealthy oder ein bisschen anders vorzugehen da war natürlich das problem dass man nicht wirklich weit kam weil es skript für skript ausgelöst werden musste natürlich auch die folge gehabt dass dann das eine skript ausgelöst wurde weil halt eine sache nicht so gemacht wurde wie es eigentlich hätte sein sollen ok das ist ein geschütz hier aber ich habe doch eben gerade noch missionsziel gesagt also irgendwo muss hier noch ein panzer motorpanzer sein hier vielleicht der hat hat sache habe ich komplett übersehen ok ich habe alle schnell zurück zu Bess so da bauen wir mal die zündkerzen ein und wissen wo Untertitelung des ZDF, 2020